Am anderen Ende der Welt. Geschrieben in dieser Stadt, die der allerschönste Spielplatz für mich war, erlangen im August 2002 von Wilfried Lieber, damals noch S-Punkt, am anderen Ende der Welt. Die Kinder sind wie ich. Alles, alles geworden. Nur nicht, was ich wollte. Sie rauchen nicht nur mal Büro und fangen Fische aus dem Supermarkt, sie filmen Oberflächen und verpassen kein Abteil der Comicserie. Wenn ich zu ihnen komme, sind sie immer am anderen Ende der Welt.